Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier neue Schleichpferde, also ehrlich gesagt, ein Haul und ich zeige euch Pferde. Einmal sie hier, die heißt Crystal. Dann hier er hier, für den habe ich auch schon einen Namen und zwar Chico. Jessica, Sultan, Cell und für den habe ich noch keine Ahnung. Also ich überlege noch, ich habe ihn vor Champions zu nennen oder Diabolo. Ich glaube Diabolo wäre besser. Nur Leute, müsst ihr jetzt entscheiden, wer zusammenkommt. Also wer zusammen passt. Ob sie mit einem von dem passt oder sie mit einem oder sie. Müsst ihr euch entscheiden. Lasst mir, lasst ein Like da, abonnieren bitte nicht vergessen und in die Comics schreiben, wer zusammenkommt. Ciao. Ciao.